Abgang von Reuthen über die Tarz, dann hinunter zum Ritterkamp, hier überquere ich die Kamp und gehe ohne Markierung einen eher wilden Weg neben der Kamp bis die Tarzmühle, dann den Berg hinauf und wieder hinunter nach Reuthen. Heute möchte ich den westlichen Teil der Kamp von Reuthen aus kennenlernen. Leider führt der Weg später weit über der Kamp nach Ritterkamp. Reuthen über die Tarzmühle, dann hinunter zum Ritterkamp. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Gleich nach der Brücke über die Kamp gehe ich jetzt zurück Richtung Reuten, den Fluss entlang, ohne zu wissen, ob es dazu einen Weg gibt. ZDF, 2020 ZDF, 2020 Ab der Dietharzmühle gibt es nach diesem Felsengesicht kein Weg entlang der Kamp. Und so gehe ich Richtung Höhendorf, den Feldweg hinauf. ZDF, 2020 ZDF, 2020